Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft. Ich hab hier noch ein paar Öffnen, sehe ich gerade. Kann ich auch schon mal darüber packen. Geplant war jetzt für mich als nächstes... ...den Ofen draußen zu bauen, so wie ich mir eigentlich gedacht hab. Ich muss nur mal überlegen... Oh, das könnte man sogar genau... ...eigentlich dafür benutzen. Mit auch, ähm... ...geplant war es, hier einen Rundofen zu haben. Mal gucken, wie ich das hinbekomme noch. Vielleicht erstmal aus Erde, auch wenn ich keine Schaufel mehr hab. So. Ich bin mir gar nicht sicher. Also erstmal... ...das hat schon gut geklappt. War auf jeden Fall eine Schaufel. Ich brauch mehr Platz. Ich mein, theoretisch ist das ein Kreis, oder nicht? Und den Scheiß jetzt hier. Oder? Würde das als Kreis zählen? Dann haben wir aber in der Mitte... Ich brauche auf jeden Fall eine Schaufel. Hol ich mir erstmal eine Schaufel. Oder zwei. Und dann muss ich mir überlegen, wie ich das baue. Da müssen wir mal gucken. Das Entwurf ist immer noch nicht weggegangen. Ich weiß nicht, was das ist. Ich frage mich, was das sein mag. Kannst du auch mal alle mitnehmen schon mal. Ich meine, Erz und sowas werde ich eh am Ende darüber packen. Genau die ganzen... ...als zum Schmelzen und dahin. Ich mag es halt, wenn man anruft und an immer dann... ...von A nach B läuft. Auch wenn ich jetzt hier viele Dinge hab. Aber das wird ja am Ende eh nicht so bleiben. Nee, ich mache das. Hier kommt dann halt alles, was nahrungmäßig ist, hin. Müsst ja auch nicht immer alle Kisten... ...voll besetzt sein. Kann oft ja auch Sachen einfach nur machen aus optischen Gründen. So. Ich finde den Tunnel, der ist echt gut. Ich mag den wirklich. Vor allem, der sieht gut aus, finde ich. Und der spart mir jetzt so viel Zeit, immer da außen rum zu laufen. So. Geh mal. Das hier. So. Ach, genau. Ich wollte ja... ...hab ich ganz nicht mehr gemacht. Die... ...zwei Holzstücke. So. ...eins und zwei. Kurz die letzte Scheiße da grubbeln. Das ist mir echt hier ein bisschen zu nah. So kann ich nicht nachdenken. Die Sache ist geplant, wenn ich ein Feld in der Mitte frei hätte. Aber dann wird's wahrscheinlich zu groß bei dreien, oder? Das ist mir alles noch ein Ticken zu nah. Schon besser. Ja, fast besser. Das ist mir zu nah alles noch. Ist mir alles noch ein Ticken zu nah. So. Andersrum wäre es geplant, dass du hier hättest, da hättest... ...dann wäre es schon da hinten wieder komplett falsch. ...sondern... ...sondern... ...1, 2, 1, 2, 3... ...1, 1, 1, 2, 3... ...1, 1, 1, 1, 2, 3... Achso. Hier bin ich auf vier gegangen. Das ist noch weg. Das sieht halt gigantisch aus. Das sieht halt echt verdammt groß aus. Und dann sieht halt das wieder ein bisschen im Vergleich zu klein aus. Weil planen wir halt, wenn man vorne in der Mitte dann die Lava aus hätte laufen lassen können. Weil so ein Ofen auch schon groß sein muss, aber... Und wenn ich das... Das geht ja nicht. Oh, warte mal. Ist das möglich? Kann die da durchlaufen? Das wäre eine perfekte Option. Kann man die da reinsetzen? Ich brauche einen Eimer. Ich hatte drüben nur einen, oder? Jetzt müssen wir mal schauen, ob ich den Eimer finde. Das wäre eine perfekte Lösung. Weil dann wäre eine gute Größe, sondern perfekte Größe zum Vergleich zum Haus. Als auch mit dem Rest. Jetzt mal gucken, wo ich einen Eiseneimer herfinde. Der muss doch irgendwo... Wo könnte ich ihn gelagert haben? Da. Da. Ach, da ist ein Fisch drin. Bleib mal kurz da. Du brauchst eh nicht viel Platz, ne? So. Das habe ich doch schon mal. Hatte ich doch schon beim ersten Mal aufgesammelt, oder nicht? Wäre cool, dass das jetzt auch so eine eigene Lichtquelle ist. Praktisch. So. Bitte lass das funktionieren. Das wäre amazing. Scheiße. Oder warte mal. Kann ich das nicht? Warte mal. Ich mache das so. Ne. Wo ist die hin? Da. Da habe ich jetzt ganz schön gedacht, die ist kaputt gegangen. Warte mal. So. 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 Ne, das ist zu groß. Wir gehen... dahin. So. Das ist problematisch, weil es halt diese Rundung ist. Geht das nicht? Was ist denn, wenn ich das so mache? Ne, das ist falsch rum. Wenn ich das so rumbaue. Hm. Das sieht doch gut aus. So. Bitte. Das sieht perfekt aus. Boah, das ist perfekt. Ist zwar jetzt nicht so 100% wie ihr es mir vorgestellt habt, aber... Das sieht an sich am besten aus, glaube ich. Das sieht... Ich dachte schon, ich habe es gerade angefangen zu brennen, da. So. Wie habe ich das hier gebaut? Links, rechts, links, rechts und nur noch einen oben. Kann ich die nicht dann auch so theoretisch leicht in den Berg rein setzen, sogar? Okay. So. So. Wenn ich den jetzt fest... So. No. Es wäre perfekt, wenn es da durchkullern könnte. Hallo, willst du mich zu äppeln? Aber ich nehme, was ich bekommen kann. Und wenn das halt nicht anders geht, dann muss ich halt damit arbeiten. Und das ist ja auch... Okay. So. Ich habe jetzt kein... Jetzt sagt mir nicht, dass ich nichts mehr habe. Wo sind denn der... Wo ist denn der ganze feine Stein? Da hatte ich gar nichts mehr. Wo habe ich alles... Das ist nicht viel. Hier habe ich noch ein paar Steps. Die kann ich benutzen. Ansonsten müssen wir mal... Einfach mal hier starten hinten, ne? Dafür haben wir die ja. So. Wie kann ich jetzt die Hälfte hier nehmen? Reicht die Hälfte davon? Und ich glaube, das reicht sich zum Podding. So. Guck mal, es sind sogar 18. Nice. So. Jetzt ist der Plan. Einmal machen mit... Das. 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 Ne. Das. Das. Scheiß Dunkelheit. Ich weiß auch schon, was als nächstes geplant ist danach. Ich habe so viele Ideen, was ich alles bauen kann. Hauptsache, es wird halt schön. So. Kurz was trinken. 13.30 Uhr. Ja. 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 Theoretisch kann ich von der Option an hinterher noch mehr bauen. Weil ich finde es echt gut. Das. Das gefällt mir. So. Jetzt mal kurz überlegen. So. Gucken wir mal, dass wir das stufenweise höher kriegen. Gehen wir das doch hin. und dann nach innen. Auch falsch. Das sieht sehr komisch aus. Dementsprechend machen wir das nicht so. Die Ecke. Das sieht doch komisch aus. Oder liegt das daran, weil der hier so ist? Warte mal. Zack, zack. Zack, zack. Alles mal wieder einsammeln. So. 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 Ist das so? Nee, das sieht immer noch irgendwo. Oder? Das sieht jetzt so groß aus. Und das sieht strange aus. Nee, jetzt haben wir hier wieder irgendwo einen anderen Fehler. So. So. Wie ist das hier? Irgendwo ist ein Fehler. Irgendwo. Gib mir das. So. Jetzt hast du halt nur so eine plade Fläche. Und das sieht strange aus. Oder nicht? Ich empfinde das jetzt sehr komisch. Kann sein, dass der hier nicht hoch sollen dürfte. Hoch sein dürfte. Ja, hoch sein dürfte. Aber dann hast du wahrscheinlich auch nur eine Plane. Jetzt ist es... Hier geht so krass in die Weite. Also. Hm. Hm. Irgendwo. Ich dachte, dass der sein könnte. Aber der ist falsch. Habe ich das Gefühl. Kann es sein, dass diese Ecken... Ich habe das Gefühl, dass die Ecke falsch ist. Der müsste so sein. Aber dadurch, dass das ja... In der Mitte zwei sind, ist das so, ne? Okay. Ich habe das Gefühl, dass die Ecke falsch ist. Toll, toll, toll. Das waren alle. So, ne? Yes. So. Was bist du denn für einer? Verpiss dich. Komm, ich stehe jetzt hier am besten Fall dann gleich wieder raus. Hier rüber, ne? Warte mal. Das geht gar nicht so, ne? Kann ich das nicht... Was hier gibt es zu mir für ein... Ah! Nein! War geplant. Keine Panik. Das sieht falsch aus. Was ist denn, wenn ich... Was ist denn, wenn ich... euch nochmal rausnehme? Äh... Das so. Dann könnte ich jetzt, glaube ich, ein anderes Bild bekommen davon. Der will aber auch nicht nach ganz vorne. Das ist... Mäh. Kann ich nicht... Kann man das hier nicht einfach wegnehmen aus zwischendrin irgendwo? Geht das nicht? Nein, ne? Es geht nur von der Quelle aus direkt. Das ist ja blöde. Das sieht super komisch aus. Ich hab das Gefühl, dass da irgendwas falsch ist. Was ist denn, wenn ich das... Das ist dann ja nicht genug. Kann ich so eine unendliche Quelle aus Magma machen? Geht das? Dann muss ich hier erstmal da hoch irgendwie. Dann ist das ätzend. Hm. Ich hab das Gefühl... Ich bin nicht zufrieden mit dem Ding. Ganz und gar nicht. Das gefällt mir nicht. Ich hätte jetzt gerne, dass es das ein Ding ist. Das war eigentlich vorhin viel cooler. Ich kann es nicht hier reinsetzen. Das ist echt schade. Hm. Könnte man das nicht. Was ist denn, wenn ich das... Das geht auch nicht. Ich dachte, was ist denn, wenn ich das irgendwie... So, und dann vielleicht... Da hin. Das geht wahrscheinlich eher, ne? Hm. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll. Ich meine, das hier vorne sieht ja an sich gut aus. Das sieht jetzt aber wieder strange aus, dass das so ist. Hm. Ich glaube, ich muss das wesentlich mehr in den Berg einlassen. Und ein paar mehr unterschiedliche Materialien noch geben. Aber dennoch für beispielsweise... Das ist ja noch mit anderen... Kann ich hier raus Treppen machen? Guck mal, das geht sogar. Ich halte mich schon mal, bevor ich gleich wieder Schaden kassiere. So. Oh, oder was ist denn, wenn ich den... So mache. Dann haben wir noch mal ein bisschen mehr Änderung drin. Hm. Machen wir mal so. Falsch. Nein. So. Haben wir jetzt ein optisches, besseres Bild, nicht wahr? Und wenn es komplett daraus ist, sieht es, glaube ich, noch mal wesentlich besser aus. Weil es dann wesentlich besser gemauert aussieht, als wäre es beabsichtigt gebaut worden. So mache ich das auch. Sammle mal die Lava wieder ein, bevor ich mich gleich verletze. Bevor es mir mal die ganzen Steine kaputt macht. Da muss ich noch mal gucken. Ich glaube, wenn es komplett gemauert ist, ist es besser. Und dann kannst du es vielleicht noch mal irgendwie mit einbauen. Das so da drin, dass so aussieht, als würde ich es in den Stein eingelassen wieder mal. Ich muss jetzt mal wieder nachdenken, das ist so düster. Ich würde aber auch so schlagartig mal dunkel. So. Oh. So. Wo ist denn jetzt gerade hin? Aber so ist es besser. Wenn ich jetzt noch mehr Lava hätte, wäre das cool. So. Was ist denn, wenn ich es direkt so mache? Also ganz simpel. Nur so. Das sieht ein bisschen zu krass simpel aus. Kann ich die, kann man die nicht so irgendwie drehen? Nee, ne? Gar nicht. Das würde theoretisch auch gehen. Wenn, nicht, warte mal. So. Jetzt in der Mitte sogar so ein Loch. Was ist denn, wenn man das so macht? Was ist denn jetzt so? Das sieht schon besser aus. Wenn ich es jetzt hier noch irgendwie reinbekommen würde, könnte ich da keine Kerze reinstellen? Fuck, geht das nicht? Das wäre zu schön gewesen. Das sieht gut aus. Das sieht scheiße aus. Das kann man so nehmen. Das gefällt mir. Das ist gut. Jetzt. Irgendwas fehlt aber noch. Irgendwas. Irgendwas habe ich noch das Gefühl. Aber ich meine, optisch sieht es gut aus. Auf jeden Fall besser als alles vorherige. Ich glaube, man könnte so Lagerfeuer machen, oder nicht? Die dann auch richtig gequalmt haben. Meine, ich ging. Ich würde sagen, jetzt trage ich erstmal, ich weiß nicht, was ich mal eventuell wieder klären. Geplant wäre jetzt, in den Berg noch eine kleine Kuhle einzubauen. Und es gab einen Amboss. Wie konnte man deinen Amboss bauen? Ich weiß es alles nicht mehr. Hatte ich das Eisen dabei? Nein. Hatte ich. Das habe ich denn sonst noch. Ich kann echt noch nicht viel bauen, ne? Ich würde einfach nur Inventar freiräumen. So war der Plan. Ich war erstmal raus damit. Ach, das war erstmal alles aus hier. Der Rest muss ich dann gleich mal gucken. Beziehungsweise war es das auch schon wieder mit der Folge. Was ist das denn, fliegendes Schwein? Was ist das denn? Der Hummel. Dann sage ich einmal vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.